Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Ab morgen sind das Apple iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max endlich erhältlich. Sie kommen mit einem neuen, leichteren Design mit dünneren Displayrändern, natürlich dem neuen Apple A17 Pro Prozessor, einem Action-Button, endlich USB-C und besseren Kameras, wobei das 15 Pro Max und nur das Max endlich auch einen fünffachen optischen Zoom liefert. Für mich klingt es tatsächlich so, als hätte Apple dieses Jahr auf dem Papier genau an den richtigen Stellschrauben gedreht. Ob das wirklich der Fall ist, das klären wir im Review in ein paar Tagen. Wenn ihr das genauso wie die ganzen anderen Videos vergleichen, Benchmark-Videos, Tipps und Tricks usw. nicht verpassen wollt, abonniert gerne schon mal meinen Kanal, denn da kommt in den nächsten Tagen wirklich einiges. Jetzt wollen wir die beiden aber erstmal zusammen auspacken und natürlich schauen, wie so meine ersten Eindrücke ausfallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und würde sagen, los geht's! Die Verpackungen sehen im Prinzip fast genauso aus, wie auch schon letztes Jahr beim Vorgänger. Man sieht hier natürlich die dünneren Displayränder, man sieht auch gleich schon sowohl hier auf der Vorderseite als auch an der Seite, für welche Farbe ihr euch entschieden habt. Es gibt ja vier Stück, das hier ist das neue blaue Titan, das ist dieses Naturtitan und ansonsten sind die Verpackungen ziemlich genau das, was wir von Apple schon seit einigen Jahren jetzt, glaube ich, kennen. Preise, und ich fange jetzt schon mal mit dem Unboxing an, weil auch da gibt es nichts Neues. Also wir haben hier wieder diese Papierlaschen zum Aufmachen. Die Preise beginnen dieses Jahr bei 1.199 Euro für 128 GB beim 15 Pro und bei 1.449 Euro beim Pro Max für 256 GB, da gibt es keine 128 GB Version mehr. Im Vergleich zum letzten Jahr, und das habe ich ja im Intro schon erwähnt, ist das Pro damit sogar 100 Euro günstiger, also wenn man jeweils die günstigste Version miteinander vergleicht. Bei Max ist es natürlich etwas schwierig, weil, ja, kommt natürlich darauf an, ob man es jetzt mit der 128 GB Version aus dem letzten Jahr vergleicht oder nicht. Insofern, ja, kann man sich da streiten. Da haben wir vielleicht sogar so eine indirekte Preiserhöhung. Nichtsdestotrotz, und das habe ich ja schon in diversen Videos vorher gesagt, ich hätte damit gerechnet, dass die Geräte nochmal merkbar teurer werden. Und jetzt sehe ich zum ersten Mal die neuen Farben hier vor mir. Ich bin gerade sehr, sehr glücklich, weil ich muss sagen, beide sehen in echt deutlich besser aus als auf den ganzen Videos und Bildern, die ich so gesehen habe. Vor allem dieses Naturtid oder Titan-Natur, ja, ist genau das, was ich mir erhofft habe. Aber dazu gleich noch mehr. Wir nehmen die beiden Smartphones jetzt erstmal raus, schauen uns an, was ansonsten noch mitgeliefert wird. Das ist ja nicht allzu viel, wobei ein kleines Detail, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Jetzt schauen wir uns erstmal kurz das Wichtigste an. Spaß beiseite, das Papierzeug. Hier haben wir unser SimEject-Tool, natürlich den Apple-Sticker, Safety & Warranty Information und so weiter. Ein Netzteil ist natürlich nach wie vor nicht mit dabei. Auch was das Thema Fast Charging angeht, hat sich nicht wirklich was getan. Aber dieses Kabel hier ist gleich in zweierlei Hinsicht besonders. Zum einen, weil wir hier jetzt eben USB-C auf USB-C haben. Also ja, endlich haben die iPhones und nicht nur die Pro-Iphones USB-C. Theoretisch sogar USB-C 3.2. Das wird dieses Kabel hier aber nicht hergeben. Den Move kennen wir aber auch schon von Samsung und einigen anderen. Aber dieses neue Kabel ist jetzt stoffummantelt. Das erinnert so ein bisschen an das Zubehör zum Beispiel bei den Macs. Für die Tastatur, aber auch fürs Magic Trackpad. Da waren die Kabel auch so stoffummantelt. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen was. Ich habe schon die Hoffnung, dass sie dadurch auf jeden Fall in der ganzen Ecke stabiler sind. Es fühlt sich auf jeden Fall in der ganzen Ecke hochwertiger und besser an. Und beim Pro Max, ihr seht es ja hier, ist der Lieferumfang komplett identisch. Also hier wenig spektakulär, aber cool. Also über dieses neue Kabel freue ich mich, wie gesagt, gleich in zweierlei Hinsicht. So, jetzt räume ich hier auf und dann schauen wir uns endlich die iPhones an sich genauer an. Wie sich das für so ein Unboxing gehört, wollen wir jetzt natürlich erstmal die Folie abziehen. Auch da hat sich nichts getan. Ist wieder diese Papierfolie. Alles schön umweltfreundlich. Hört mal hin. Zumindest ein bisschen was. Aber das Schöne ist, wir können das ja heute sogar gleich zweimal machen. Auch bei Max. Wow. Okay. Das war knapp, aber das waren auf jeden Fall hier die schöneren Unboxing-Geräusche. Und ey, mir fällt gleich schon mal einiges auf. Starten wir mit den Abmessungen, weil ich finde, das ist dieses Jahr tatsächlich so einer mit der interessantesten Punkte überhaupt. Das Pro 147 x 71 mm, das Max 160 x 77 mm. Beide etwa 8,25 mm dünn, aber jetzt eben deutlich leichter. 187 Gramm beim Pro, 221 Gramm beim Pro Max und das merkt man extrem. Also, ja, ich bin jetzt mal gespannt. Ich hatte natürlich gerade eben noch die Vorgänger in der Hand. Also links hier jetzt das 15 Pro Max, rechts das 14 Pro Max und der Unterschied ist wirklich enorm. Ihr seht es glaube ich auch schon, also durch die dünneren Display-Ränder wirkt das 15 Pro Max auch noch etwas kleiner. Aber man merkt vor allem diese 19 Gramm Gewichtsunterschied, wie er euch sagt. Man merkt das nicht. Ja, jeder Mensch ist anders, aber lasst euch von mir gesagt sein, der jedes Jahr 50 neue Smartphones und noch mehr in der Hand hat. Man merkt es auf jeden Fall. Gleichzeitig fällt mir aber auch schon was auf, was mir nicht ganz so gut gefällt auf den ersten Eindruck. Da geht es um den Rahmen, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber wie gesagt, dieser neue Formfaktor, dieses leichtere Design, das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Es bleibt bei einem 6,1 Zoll bzw. 6,7 Zoll OLED-Display. Gleiche Auflösung, also wieder 460 ppi. Sie unterstützen beide nach wie vor bis zu 120 Hz als Bildwiederholrate auf LTPO-Basis und bis zu 2000 Candela-Helligkeit. Also da hat sich nichts getan. Wir haben jetzt aber eben dünnere Display-Ränder. Das kann ich jetzt von hier noch nicht beurteilen. Für euch habe ich hier jetzt natürlich eine Aufnahme auf den Videos, fand ich, hat man das schon gesehen. Und man merkt es ja alleine daran, dass die Geräte tatsächlich etwas kleiner sind als die Vorgänger, obwohl wir gleich große Displays haben. Weil wie gesagt, einfach die Ränder etwas kleiner geworden sind. Das begrüße ich sehr. Die Dynamic Island ist nach wie vor mit der Pi, ist genauso groß wie letztes Jahr. Face ID und eine 12 Megapixel Frontkamera. Da hat sich auf dem Papier wirklich gar nichts getan. Und ich denke auch, da wird sich im Alltag nicht viel tun. Geschützt wird das Ganze wieder von Ceramic Shield. Wer darauf nicht vertrauen möchte, an der Stelle, ihr wisst es ja ganz genau, was mein Favorit ist beim Thema Panzerglas von meinem Partner Spiegen. Das Glass TR Ease Fit. Super einfach zu installieren mit einer Schablone. Ich zeige euch das auch noch in einem anderen Video. Wollte es jetzt an der Stelle aber nur noch mal kurz erwähnt haben. Wie gesagt, weil mich immer viele nach Panzerglas fragen. Von dem bin ich persönlich ein sehr, sehr großer Fan. So, und jetzt kommen wir endlich zu dem, was ich vorher meinte. Displays, by the way, sind natürlich nach wie vor komplett flach. Also hier kein Edge. Ich meinte vorher den Rahmen. Der besteht ja jetzt aus Titan. Und ja, das macht die Geräte leichter. Aber dieses Titan, also was schon mal positiv ist, Fingerabdrücke sieht man nicht so sehr wie bei dem Edelstahl. Aber irgendwie, also ich dachte jetzt auf den ersten Blick fast, das fühlt sich an, als wäre so eine Folie drauf. Es ist aber keine drauf. Es ist halt einfach ein ganz anderes Material. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich fand jetzt so auf den ersten Blick das Edelstahl, also das hat sich auf jeden Fall hochwertiger und so ein bisschen massiver, exklusiver angefühlt. Das mag jetzt am Gewichtsunterschied liegen, aber das ist so mein erster Eindruck. Ich finde, optisch finde ich das sehr, sehr gelungen. Auch wegen der geringeren Fingerabdruckanfälligkeit. Aber so von der Haptik her, ja, hätte ich mir da irgendwie ein bisschen mehr erhofft, sage ich euch ganz ehrlich. Links dann lauter leiser Wippe und der neue Action-Button. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ja, man kann ihn auf jeden Fall nicht mehr so gut erfüllen wie noch dem Nude-Switch. Aber Funktionalität bleibt ja im Prinzip die gleiche und man hat noch viel mehr Möglichkeiten. Dann der Einschub für die Nano-SIM. Speicher kann natürlich wieder nicht erweitert werden. Power-Button auf der rechten Seite. Da hat sich jetzt gefühlt auf den ersten Blick auch nicht wirklich was getan. Auf der Oberseite gar nichts. Die ist blank gehalten. Und auf der Unterseite dann der erste von zwei Lautsprechern. Zweite wurde ja in die Hörmuschel integriert. So wie jetzt eben neu der USB-C 3.2-Port. Endlich, endlich. Lang haben wir drauf gewartet. Ich freue mich extrem. Und natürlich sind die beiden wieder nach IP68 gegen das Einbringen von Wasser und Staub geschützt. Ja, damit sind wir jetzt auch schon auf der Rückseite angelangt. Und wie gesagt, hier hat sich nicht wirklich was getan. Ich kann ja hier nochmal den Vorgänger für den direkten Vergleich mit dazu nehmen. Das ist nach wie vor mattes Glas. Und ey Leute, ich kann gerade gar nicht diese Farbe hier genug loben. Also dieses Titan-Natur sieht so geil aus. Es ist viel, viel besser als auf den Bildern. Also es ist tatsächlich so ein schönes, helles Grau. Gefällt mir richtig, richtig gut, muss ich an der Stelle mal sagen. Aber ansonsten hat sich da nichts getan. Also ist nach wie vor mattes Glas. Fühlt sich hochwertig an. Aber ja, jetzt auch nichts wirklich Neues. Und auch dieses Blau, muss ich sagen, das fand ich so auf den ersten Bildern ein bisschen langweilig. Ja, es ist sehr dezent. Gefällt mir aber jetzt auch richtig gut. Also das mit den Farben haben sie dieses Jahr wirklich gut hinbekommen. Wer hier auf Nummer sicher gehen möchte, braucht natürlich ein Case. Und natürlich hat mein Partner Spiegel sein komplettes Line-Up bereits für das iPhone 15 beziehungsweise die iPhone 15 Reihe angepasst, also auch für die Pro-Modelle. Heute schauen wir uns erstmal die Cases mit MacFit Support an. Optimal für euch, wenn ihr bereits viele Produkte mit MacFit habt oder halt einfach plant, in Zukunft zu nutzen. Mein persönlicher Favorit ist und bleibt der Klassiker, das Ultra Hybrid. Das gibt es in so vielen Variationen, von komplett transparent bis hin zu Frost Black oder dem einzigartigen Zero-One-Design. Aber dazu dann an anderer Stelle auch nochmal mehr. Ich liebe einfach, dass das Ultra Hybrid so dezent und dünn ist und trotzdem super stabil schützt. Das Mac Armor geht in eine ganz ähnliche Richtung, ist mit seiner neuen Chevron-Musterung aber nochmal unauffälliger und perfekt fürs geschäftliche Umfeld geeignet, würde ich jetzt mal sagen. Obwohl es so dünn ist, schützt es ebenfalls überall. Nicht zuletzt auch dank Spiegens Air-Cusion-Technologie. Das Spiegel Optic Armor geht dann noch eine Stufe weiter. Es ist exklusiv für die Pro-Iphones und schützt sogar die Kameras durch so ein Schiebefenster komplett. Und glaubt mir, soweit wie die Kameras bei den Pro-Modellen hervorstehen, kann man die gar nicht genügend schützen. Durch das matte Design liegt es super griffig in der Hand und ist dabei trotzdem extrem stabil und unanfällig. Wer noch etwas Stabileres sucht, dem empfehle ich dann, last but not least, aber den Klassiker, das Tough Armor. Es ist nach wie vor extrem stabil, hat nach wie vor den coolen Kickstand sowie den Cutout rund ums Apple-Logo. Es ist nun aber ebenfalls 100% MacFit-kompatibel. Ich glaube, darauf haben auch einige gewartet. Ich verlinke euch wie immer alle Spiegel Cases in der Videobeschreibung. Schaut da sehr, sehr gerne vorbei und wie gesagt, ich zeige euch die Cases dann auch noch in einem anderen Video genauer. Jetzt sprechen wir aber wieder über die iPhones. Und wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, die Kameras tragen hier deutlich hervor. Wir haben ja nochmal einen größeren 48 Megapixel Hauptsensor, 12 Megapixel Weitwinkelkamera, 12 Megapixel Telesumlinse, einen neuen, besseren Portrait-Modus, mehr Zoomstufen bei beiden und dann endlich den 5-fachen optischen Zoom beim Pro Max. Beim normalen Pro hingegen bleibt es bei einem 3-fachen optischen Zoom. Ich bin mal gespannt, ob dieser 5-fache Zoom für mich jetzt persönlich wirklich so einen großen Mehrwert bietet oder ob sich vielleicht nicht sogar eher der 3-fache in manchen Situationen anbietet. Aber prinzipiell ist das für mich schon ein Downer. Also, dass die beiden jetzt eben nicht mehr gleich sind, was die wichtigsten Features angeht, sondern was die Kamera angeht, hat das Max halt jetzt wieder einen Vorteil. Und das finde ich persönlich sehr schade. Klar, dafür kostet es jetzt auch nochmal mehr, aber ich finde es halt trotzdem schade. Ich glaube, das geht einigen von euch genauso. Sprechen wir noch über die Akkus. 3.274 mAh beim 15 Pro, 4.422 mAh beim Max. Ich bin mal gespannt, ob man da wirklich was merkt. Denn wir haben hier natürlich den neuen Apple A17 Pro, aber was die Kapazität angeht, hat sich nicht wirklich viel getan. Das sind bei beiden ein paar, paar Prozentchen mehr, aber das ist nicht viel. Man kann natürlich hoffen, dass durch diesen neuen, effizienteren Prozessor, der jetzt im 3-Nanometer-Verfahren gefertigt wird, da sich viel tut. Aber die ersten Reviews lassen ja schon vermuten oder erwarten, dass die Akkulaufzeit eher auf dem Niveau der Vorgänger ist. Bin ich mal gespannt. Ja, wir haben hier nach wie vor nur 6 GB RAM, aber wir wissen ja auch nach wie vor, das ist bei Apple nicht so wichtig. Und jetzt schalte ich die beiden mal ein. Ich hoffe, dass sie etwas geladen sind. Und ja, so ist es, dann können wir uns auch gleich die Display-Ränder noch genauer anschauen. Ja, mein erster Eindruck, auch wenn es auf den Bildern oder den Videos nicht rüberkommt, macht das neue, etwas gründlichere und vor allem auch leichtere Design wirklich einen riesigen Unterschied. Ich finde vor allem hier beim Max, das wirkt jetzt nicht mehr so klopperartig wie die letzten Jahre. Den Titanenrahmen und die dünneren Display-Ränder, ja, also die dünneren Display-Ränder vor allem hier mit dem helleren Rahmen, das merkt man auf jeden Fall auch. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von dem Titanenrahmen, was die Haptik jetzt angeht, so halten soll, aber das muss ich die nächsten Tage erstmal herausfinden. Ansonsten bin ich jetzt eben extrem auf die Kamera und auf die Akkulaufzeit gespannt, ob sich bei der Kamera wirklich was getan hat, ob man den fünffachen Zoom merkt. Ich freue mich auf USB-C, ich freue mich auf den neuen Action-Button, bin da prinzipiell ein großer Fan von. Und ja, jetzt freue ich mich einfach drauf, die Geräte in den nächsten Tagen ausführlich für euch zu testen und auszuprobieren. Lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen, was ihr zu den neuen iPhones sagt, ob ihr euch vielleicht sogar eins vorbestellt habt. Was euch für das Review interessieren würde, womit ich die Geräte hier vergleichen soll, generell welche Videos ihr sehen wollt, wollt ihr überhaupt so ein Benchmark-Video sehen, was soll ich als erstes rausbringen, schreibt es mir gerne, dann kommt da, wie gesagt, in den nächsten Tagen einiges. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.